In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man homogene lineare Differenzialgleichungssysteme erster Ordnung mit reellen Eigenwerte lösen kann. Bevor wir gemeinsam eine Beispielaufgabe zusammen lösen werden, schauen wir uns zuerst schrittweise das Lösungsschema an. Wir wollen also die Lösung eines homogenen linearen Differenzialgleichungssystems erster Ordnung der Form x Punkt von t ist gleich a mal x von t ermitteln, wobei dieser x Punkt natürlich für die erste Ableitung steht. Und dafür müssen wir folgende Schritte durchführen. Als erstes sollen wir alle Eigenwerte berechnen aus der charakteristischen Gleichung, Determinante aus a minus Lambda e ist gleich 0, wobei a die gegebene Matrix ist und e die dazu passende Einheitsmatrix. Zweitens, zu jedem dieser Eigenwerte müssen wir einen passenden Eigenvektor bestimmen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, in diesem Tutorial behandle ich nur reelle Eigenwerte. Beispiele mit komplexen Eigenwerten findet ihr am Ende dieses Tutorials im Abspann. Und als letztes brauchen wir natürlich die allgemeine Lösung dieser Differenzialgleichungssystems. Und die sieht wie folgt aus, man kann es auch als eine Summe oder eine Linearkombination von den Fundamentallösungsvektoren bezeichnen. Wir haben dann genauso viele Fundamentallösungsvektoren, wie wir Eigenwerte haben. Dieser vereinfachte Lösungsschema, die natürlich nur grob der Orientierung, wie die einzelnen Schritte durchgeführt werden, sehen wir natürlich gleich anhand der Beispielaufgabe. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Bestimme die allgemeine Lösung des Differenzialgleichungssystems, der Form, was wir gerade angesprochen haben, mit der gegebenen Matrix A. Zur Erinnerung, unser erster Schritt war, alle Eigenwerte zu bestimmen anhand dieser charakteristischen Gleichung. Natürlich bilden wir dafür die charakteristische Gleichung. Ich setze also die Matrix A in diesen Ansatz hier ein. Entsprechend haben wir dann praktisch minus 5, minus 9, 6 und 10, minus Lambda mal die passende Einheitsmatrix. Wir haben eine 2 mal 2 Matrix, also 1, 0, 0, 1. Und als erstes fassen wir natürlich all das zusammen. Rauskommen tut, minus 5, minus Lambda. Dann minus 9, minus 0 sind natürlich minus 9. Dann der unteren Zeile, 6, minus 0 sind natürlich 6. Und 10, minus Lambda bleiben dann 10, minus Lambda. Diese Betragsstiche drumherum weisen darauf hin, dass wir jetzt die Determinante dieser Matrix ausrechnen müssen. Das heißt, hier an dieser Stelle zur Erinnerung über Kreuz multiplizieren und voneinander abziehen. Als erstes haben wir dann minus 5, minus Lambda mal 10, minus Lambda. Und dann minus 6 mal minus 9 sind minus 54. Und anhand von diesem Ansatz, was wir oben hatten, muss das Ganze 0 sein. Wir konzentrieren uns natürlich auf diese Gleichung hier, die wir lösen müssen. Ja, dafür lösen wir die Klammer auf und fassen so weit wie möglich zusammen. Entsprechend haben wir dann, wenn wir hier anfangen, also erstmal minus 5 mal 10 und dann mal minus Lambda. Dann haben wir dann minus 50 plus 5 Lambda. Dann minus Lambda mal 10 sind minus 10 Lambda. Minus Lambda mal minus Lambda sind plus Lambda Quadrat. Und am Ende noch plus 54 ist gleich 0. Jetzt ordnen wir ein bisschen nach der höchsten Potenz. Das heißt, zuerst kommt dieser Lambda hoch 2. Dann 5 Lambda minus 10 Lambda sind minus 5 Lambda. Und minus 50 plus 54 sind natürlich 4. Und was übrig geblieben ist aus dem Ganzen, ist natürlich eine quadratische Gleichung, die man entweder mit der Mieternachsformel oder sogenannte ABC-Formel lösen kann. Oder meinetwegen auch mit diesem Satz von Vieta. Allerdings werde ich mich hier an dieser Stelle für die ABC-Formel entscheiden, weil man sie einfach am häufigsten verwendet. Das bedeutet, hier an der Seite werde ich dann entsprechend Lambda 1, 2 ausrechnen, indem ich in diese Formel einsetze. Entsprechend habe ich dann 5 plus minus Wurzel aus 5 Quadrat minus 4 mal 1 mal 4. Und das Ganze geteilt dann durch 2 mal 1. Ich fasse zuerst die Terme unter der Wurzel zusammen. Das heißt, 5 plus minus. Unter der Wurzel haben wir 25 minus 16 sind 9. Wurzel aus 9 sind natürlich 3. Durch 2. Und somit haben wir unsere zwei Eigenwerte. Lambda 1 wäre dann 5 plus 3 sind 8, durch 2 sind 4. Und Lambda 2 wären da 5 minus 3 sind 2, durch 2 sind 1. Wie bereits am Anfang gesagt, handelt es sich hier um reelle Eigenwerte. Im zweiten Schritt brauchen wir, wie bereits erwähnt, für jede dieser Eigenwerte einen passenden Eigenvektor. Das bedeutet, wir nehmen unseren ersten Eigenwert, das heißt Lambda 1 gleich 4 und der einfachste Ansatz zur Berechnung des Eigenvektors sieht wie folgt aus. Wir haben hier eine Matrix, das ist eigentlich die Matrix von oben, also von hier genommen und werden halt für Lambda entsprechend Lambda 1 einsetzen. Dann kommt mal der Eigenvektor, hier mit V bezeichnet und es ist dann ein unterbestimmter linearer Gleichungssystem, den man lösen muss. Nun mal kurz am Rande, dieser Eigenvektor V hat die allgemeinen Koordinaten dann V1 und V2. Das erleichtert uns dann das Lösen dieses linearen Gleichungssystems. Also wir setzen jetzt entsprechend hier für Lambda 1 eine 4 ein und fassen alles zusammen. Wir werden dann praktisch minus 5, minus 4 haben, das sind dann entsprechend minus 9. Hinten steht sowieso eine minus 9. Und dann unten haben wir dann einmal 6 und 6 minus 4 sind natürlich ebenfalls 6. Auf der rechten Seite stehen dann zwei Nuller, wegen dieser Null hier. Und nicht vergessen, praktisch, das ist die Spalte für V1, also hinter jeder Zeile, hier in der ersten Spalte steht V1 und das ist die Spalte für V2. Natürlich ist unser Ziel, hier eine dieser Zahlen rauszuschmeißen durch Additionsverfahren. Und das würde ganz einfach gehen, wenn wir zum Beispiel die untere Zeile mal 1,5 nehmen. 6 mal 1,5 sind 9 und dann von oben nach unten addieren. Also entsprechend haben wir dann oben immer noch minus 9, minus 9 und Null. Und unten dann minus 9 plus 9 ergibt Null. Minus 9 plus 9 ergibt ebenfalls Null und Null plus Null ergibt auch Null. Wie bereits erwähnt ist das ein unterbestimmter LGS. Deshalb haben wir nur noch eine Zeile hier übrig und die können wir jetzt schön sauber an der Seite hinschreiben. Also entsprechend hätten wir dann minus 9 V1 minus 9 V2 ist gleich Null. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Eigenvektoren sind nicht eindeutig bestimmt. Deshalb kann man für eine dieser Vs sozusagen selbst eine Lösung festlegen. Bitte nicht Null nehmen. Jede andere Zahl ist erlaubt. Natürlich werden wir uns für eine 1 entscheiden. Und in Abhängigkeit von dieser Lösung dann die zweite Lösung rausbekommen. Also wir legen jetzt selbst fest, dass V2 1 ist. Zählt ab jetzt als bekannte Lösung. Setzen es hier ein und bestimmen V1. Wir haben dann minus 9 V1. Minus 9 mal 1 ist minus 9. Ist gleich Null. Dann bringen wir es rüber mit plus 9. Entsprechend haben wir minus 9 V1 sind dann 9. Geteilt durch minus 9. Und somit ist V1 minus 1. Und das bedeutet, einer dieser Eigenvektoren lautet dann entsprechend, ich bezeichne jetzt mit V Lambda 1. Lambda 1 war 4. Ist dann gleich nichts anderes als minus 1 und 1. Mit dem zweiten Eigenwert und der gleichen Taktik finden wir jetzt natürlich auch noch den zweiten Eigenvektor raus. Also ich setze hier wieder in dieser Gleichung für Lambda 2 den Wert 1 ein. Entsprechend habe ich dann hier für mein Linear-Gleichsystem minus 5 minus 1 sind minus 6. Dann hinten bleibt die minus 9. Unten haben wir dann 6 und 10 minus 1 sind 9. Auf der rechten Seite wieder zwei Nuller. Und hier müssen wir gar nichts mehr machen, außer die zwei Zeilen miteinander addieren. Die Vorzeichen passen schon. Minus 6 plus 6 fliegt alles raus. Also haben wir dann minus 6 minus 9. Ist gleich Null. Und entsprechend hier Null, Null und Null. Die saubere Gleichung, die übrig ist, lautet minus 6 V1. Minus 9 V2 ist gleich Null. Dann können wir beispielsweise erneut für V2 eine 1 wählen. V2 ist gleich 1. Zählt wieder als bekannte Lösung. Wir setzen ein und lösen nach V1 um. Dann haben wir entsprechend minus 9 ist gleich Null. Dann plus 9. Minus 6 V1 ist gleich 9. Geteilt durch minus 6. Also V1 wäre dann 9 geteilt durch minus 6. Wenn man das Ganze ein bisschen kürzt, haben wir dann minus 3 Halbe. Und das bedeutet, unser zweiten Eigenvektor, V1, hat dann entsprechend die Koordinaten minus 3 Halbe. Und 1. Ja, und weil wir jetzt nicht unbedingt hier an dieser Stelle mit Brüche arbeiten wollen. Wir könnten es auch so stehen lassen. Aber wir können auch ein Vielfaches davon nehmen. Also wenn wir zum Beispiel den ganzen Vektor hier mal 2 nehmen, dann werden wir minus 3 und 2 haben. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Und bevor wir zum letzten Schritt gehen, und zwar die allgemeine Lösung dieses Differentialgleichungssystems aufstellen, fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir bis jetzt alles bestimmt haben. In erster Reihe hatten wir zwei reelle Eigenwerte, Lambda 1 und Lambda 2, und die dazu passende Eigenvektoren, V Lambda 1 und V Lambda 2. Damit können wir jetzt tatsächlich diese allgemeine Lösung bestimmen. Und sie sieht wie folgt aus. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass ich im Vergleich zu unserem Lösungsschema die Formel ein bisschen gekürzt habe. Der Grund dafür ist, dass wir nur zwei Lösungen haben, also zwei Eigenwerte. Deshalb hat die Formel auch nur zwei Summanden. Und das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist hier wie angedeutet, für Lambda und V jeweils die passenden Werte einzusetzen. Damit seid ihr schon fertig. Also, x von t ist dann c1 mal e hoch 4t mal unser erster Eigenvektor, und er lautete minus 1 und 1, plus c2 mal e hoch 1 mal t, also t reicht aus, mal unser zweiter Eigenvektor, minus 3 und 2. Und das wäre dann die allgemeine Lösung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits wahrscheinlich gemerkt, dass man einiges an Grundwissen mitbringen muss, um so eine Aufgabe zu bewältigen. Damit meine ich, wie man beispielsweise ein Determinante bestimmt, wie man Eigenwerte und Eigenvektoren berechnet. Dann gibt es natürlich auch noch Differenzialgleichungssysteme mit komplexen Eigenwerte und Eigenvektoren. Es gibt auch inhomogene Differenzialgleichungssysteme, wo auch die partikuläre Lösung eine Rolle spielt, und weiterführende Aufgaben bezüglich Abhängigkeit von Parametern oder Stabilität. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.